hier ist nichts also wahrscheinlich durch diese ekligen gedäherme gehen das war dieser so scheint nun versteckt gewesen zu sein muss ich doch wahrscheinlich jetzt gewasch genau da okay und fahren sehr schön war das eigentlich der tower das war denn nicht doch das war der tower schon sehr coole sachen sehr geil so dann klick to exit side 3 willkommen kevin's area 1 mal schauen was uns da erwartet das sieht ja so aus wie so ein komisches podest da oben mal schauen welche waffe ich nehme bald glaube ich jetzt im moment diese hier auch 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 okay aua das jetzt ausgerechnet muss ich nachladen während hier zwei so sehr schön jetzt habe ich den bfg shells habe ich so brauche ich den das ist gleich eine mine oder kann das sein da auch noch so einer wer atmet hier so doll das werde ich tun was nur so wenig hat mir das wieder gegeben ja 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 jetzt noch noch den Ich glaube, kann ich hier noch irgendwas machen? Okay, sonst kann ich hier nichts mehr machen. Das heißt, brauche ich mal eben eine ordentliche Waffe. Oh, okay. Hier sind nochmal solche Shells. So, komm. Die Spinnen können nicht... Aua. Die Spinnen können, so wie ich es sehe... Oh, ich nehme mal... Sieben Leben nur noch. Okay. Auf geht's nach unten. Das ist halt sowas von Half-Life. In Half-Life gab es auch so eine Mission, glaube ich. Gott, geht das weit runter? Sieben Leben nur noch. Ich brauche also gleich sofort... Oh, nein. Nein. Vielleicht komme ich da rüber. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Uh... den hätte ich und dann noch mal hier drauf ach ja du schon wieder so jetzt wo denn ach da okay da ist eine leiter ja auch in den schiesig mal schauen hier ist noch mal so eine waffe es wird brutaler sehr schön hier ist noch mal leben hat mir zwar jetzt nicht alles wieder gebracht aber schon mal ein bisschen wo kommst du denn er das kennt er das da kann ich nicht her so so auf denen noch ah hier ist auch eine leiter okay was wird das nur hier ich habe keine ahnung also ich habe so aber ich darf jetzt bloß nicht runterfallen was soll das denn jetzt was soll das denn jetzt nein ich habe auch nicht gespeichert die gehen immer wieder der hatte bullets okay so das leitern gehen habe ich drauf kann ich mittlerweile jetzt es